Hallo Leute, herzukommen auf den neuen Star Wars Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Roblox und zwar den Handschuh Simulator. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los mit dem Video. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Like nach unten, einen Kommentar da, schaut außerdem auf meinem Discord-Surf bei, der es nämlich unten in der Videoshow abgelingt. Würde mich freuen, wenn ihr darauf joinen würdet. Ich würde sagen, wir gucken jetzt ja auch mal direkt, wir haben nämlich ein Haustier. Ich habe das Tutorial hiervon schon mal ein bisschen durchgespielt, weil das ein bisschen scheiße ist. Ja. Also nicht wundern. So. So, wir müssen hier Stärke sammeln, indem wir hier die ganze Zeit tippen und gegen diesen komischen, was weiß ich da, kämpfen. So. Hier kann man sich für Coins irgendwie die ganze Zeit Dingens kaufen. So. 2000 Coins brauchen wir, um das nächste beizuschalten. Ich würde sagen, wir kaufen uns hier mal einen nicht neuen Haustier, denn man braucht jetzt anscheinend fünf. Okay, das erhöht sich dann. Mal. So, ich glaube, wir müssen jetzt die ganze Zeit hier gegen den kämpfen. gegen Neuling, äh, Neuling, genau. So, wir haben jetzt auch schon 607 Stärke. Zack. Bam. So, jetzt müssen wir, ja, jetzt könnten wir, jetzt können wir nämlich einen erneuten Handschuh kaufen, den hier. Okay. Zack. Wir machen natürlich hier schön weiter. Wir brauchen auch fünf Rubin, um einen neuen richtig zu kriegen. So. Ich muss drei weitere Typen kriegen, um, was, was kriege ich dann? So. Mehr, mehr Times, also mehr Zeiten, oder was? So. Egal, machen wir einfach mal. Wenn die Animation nicht immer jedes Mal kommen würde, wäre das definitiv geiler. Hast du nur so Geschenke? Okay, ich habe irgend so einen Boost jetzt gekriegt. So, wir haben auf jeden Fall jetzt einen neuen Haustier, den gehen wir doch auch mal hin. So, kaufen wir uns doch auch ein Mal hier ein. Und. Und. Okay. Was kann der Hund denn? Ja gut, der ist nicht so geil wie Katze, ne? Ne. Egal. So, ich gucke mal kurz, wie teuer das nächste... Ah, das nächste kostet 30, steht da, okay. So, kämpfen wir gegen den Dingens hier wieder. Let's go. Wieder gewonnen. So, wir brauchen auf jeden Fall jetzt 30 Dinger. Ich würde sagen, ich spare einfach mal eben kurz auf. Wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn ich diese 30 Dinger habe. Leute, da bin ich wieder, denn ich habe jetzt mit mal so ein bisschen 2000 hier gespart. Ja, um in diesen Mitteldingen reinzukommen. Oh, ich habe zu wenig, sehe ich gerade. Also der hat 100 Stärke mehr, aber ich gewinne irgendwie trotzdem. Ja, ich habe gewonnen. Perfekt. Ich würde sagen, ich mache mir mal kurz bis... Bisschen mehr. So, ich habe auch auf 26, ähm, Kistalle hier mal ein bisschen so gespart. So. Wir haben natürlich auch jetzt die neue Waffe. Wir gehen erstmal mal rüber und kaufen die neue... Den neuen Handschuh. Oh, der ist so rosa, ne? Let's go. Wir haben den für 30. Jetzt müssen wir 60 sogar schon bezahlen. Dann müssen wir auch irgendwie den letzten Boss noch besiegen, um mehrere wieder freizuschalten, glaube ich. 50.000. Okay. Alles klar. So, ich kaufe mir jetzt mal hier... ...1 vor 15. Let's go. Oh, ein seltener Schwein. So, wir sehen jetzt... Wir können jetzt mal gucken. Ja, der hat auf jeden Fall... Ja. Wir könnten natürlich jetzt noch... Ja, ich glaube... Sparen wir jetzt hier auf weiter... Ja, ich glaube, wir sparen auf weiterer 15. Wir kämpfen aber jetzt mal gegen diesen Speck hier weiter. Ja. So. Let's go. Wir haben es geschafft. Okay. Wir müssen jetzt wieder 60 Münzen sammeln. Und wir kriegen jetzt sogar schon zwei Rubinen, also pro Kampf. Das ist auch sehr geil. Da können wir natürlich dann auch mehrere Haustiere von kaufen. So. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich mache nochmal hier wieder einen kleinen Cut. Und wir sehen uns, wenn ich 60 Münzen. So. Wir haben 87. Und ich habe ja auch ein neues Geschenk. Oh, ich habe 15 Rubinenkosten losgekriegt. Das ist doch mal geil. Wir kaufen natürlich erstmal hier den neuen Handschuh. Und der ist blau. Let's go. Da kriegen wir plus 12. Also wahrscheinlich 12 Münzen oder was. Das ist natürlich geil, ne? Ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt hier... Also wir haben hier eine Chance, so 1% das zu kriegen. Na gut. Das wird jetzt anstrengend. Wir gucken mal, was wir kriegen. Mal gucken. Eine Kuh. Ist die selten? Also die ist selten in der Stadt da. Ja, okay. 30%. Ja, immerhin. 30% sind schon einiges. Ah, wieder das blöde Schweinchen hier. Wobei, Schweine sind natürlich auch gut. Aber egal. Jetzt haben wir schon wieder nur noch 12. Also das geht ja ganz schnell rum hier. Weg meine ich. Ja. Okay. Gut. Sparen wir jetzt mal hier weiter. Leute, ich würde sagen, spare ich jetzt hier mal eben nochmal auf ein bisschen mehr als 200. Also, dass ich dann hier einfach mal beide Sachen hier noch kaufen kann. Also auf 550 Coins. Und dann spare ich auch noch hier eben auf 50k. Und dann können wir einfach mal alles spielen. Also, wir sehen uns, wenn ich das erreicht habe. So, Leute. Ich habe jetzt 617 Coins gesammelt. Und ich will... Und auch 130 Diamanten. Oder... Das sind keine Diamanten. Ihr wisst, was ich meine. Ich würde sagen... Ich würde sagen, ich mache jetzt hier einmal alles. ein bisschen hier die Eier. Das geht ein bisschen falsch. Egal. So, wir haben ja jetzt auf jeden Fall hier wieder ein blödes Schwein gekriegt. So, wir müssen jetzt mindestens... Ich hoffe, wir kriegen diesen 1%. Das ist ja cool. Ich hoffe, wir kriegen dieses 1%-Dingen. Weil das ist sehr geil. Ich hoffe, wir kriegen das. Bitte. Oh. Episch. Was ist der Lamm? Ah. 15%. Da geht noch mehr, sage ich. Ah. Haben wir schon. Weiter. Weiter jetzt hier. So. Oh. Wieder Lamm. Zweimal Lamm schon. Müssten jetzt die Besten sein, die ich habe. Zweimal Lamm sind die Besten. Und wenn ich jetzt noch einen dritten Lamm kriege, bin ich sogar schon zufrieden. Weil dann haben wir nämlich drei gleiche. Und dann haben wir dann auch dementsprechend halt drei besten. Ja. Wir haben drei gleiche. Wir haben drei gleiche. Wenn ich jetzt mal am besten mache, dann kommen hier die Lände. Ja. Boah. Die haben... Ich weiß nicht, was das Niederlande bedeutet hier existieren. Ach. Existieren bedeuten, dass das 142.000 Leute haben. Dieses Tier hier. Und das ist irgendwie Level 13 oder sowas. Keine Ahnung. Ich wäre aber mindestens noch mal ein 7%. Bitte, 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 bitte. Ah, Mann. Mist. Okay, komm. Bitte jetzt. Jo. Let's go. Ah, ne Kuh. Die brauchen wir nicht. Komm, ich will doch nur... Warum habe ich jetzt gehüpft? Ah, Mist. Okay, ich glaube, ich sollte es einfach mal sein lassen. Ich würde sagen, ich spare jetzt hier mal eben kurz auf 50.000 und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann kämpfen wir hier nochmal gegen den schwersten und den extremen. Wir sehen uns gleich. So, Leute. Ich habe jetzt 5... Beziehungsweise sogar schon 16.000. Also manchmal gucke ich einfach nicht hin. Dann habe ich schon 60.000. Ich werde aber jetzt erst mal kurz gucken, was ich jetzt in dem Shop gekriegt habe. Besiegt. Achso, ich muss erst den letzten besiegen. Äh, Mist. Wir machen aber erst mal den schweren. Das ist der... Ich weiß nicht, was wie der heißt. Der Guard. Perfekt. Schon direkt hier gekleppt einfach. Okay. So, den schwersten haben wir natürlich besiegt. Werde ist auch gedacht. Jetzt gehen wir zum Extremen rüber. Und das ist Thanos. Wir kämpfen gegen Thanos. Und... Ja, wir schaffen das. Wir haben 9.000 Stärke mehr als er. Wir schaffen das. Komm schon. Ja, wir haben ihn gekleppt. Oder wie brauchen wir das? Man sagt. Wie viel kriegen wir jetzt? Wie viel Coins? Boah, was? 350 Coins kriegen wir. So, jetzt müsste ich mehr haben. So. Wir haben jetzt... Was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt den Orangenen freigeschaltet. Der macht mir 79. So, Bissart Gipfel. Das ist die neue... Neue... Ähm... Die neue Sohne. Und ich würde sagen... Die nehmen wir auch noch. Also wir... Die von denen sparen wir auch noch mal. Und dann würde ich sagen... Ist auch das Video vorbei. Ich würde sagen... Wir kämpfen jetzt einmal noch mal kurz... Gegen den... Taunus hier. So. Zack. Also da ist es auf jeden Fall schon schwieriger gegen den... Tatsächlich zu gewinnen. Aber ist natürlich auch scharfbar. Zack hier. Wie viel haben wir jetzt schon? Ja, 600. Okay. Ich mache jetzt auch keinen Cut. Oder mache ich doch... Doch, ich mache einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute. Ich habe jetzt genug Geld, um das neue zu kaufen. Hm. Und wir können ja auch noch mal wieder... Den Kasten herkuchen. Ich habe jetzt hier genug Geld, um tatsächlich hier rein zu gehen. Ist auch irgendwie wieder was. Oh, ein Event gibt es auch. Bleibe 60 Stunden im Spiel. 500 Eier. Aha. Egal. Wir kauf uns. Bamm. Und wir haben es gekauft. Let's go. Wir haben es gekauft. Und ja. Hier gibt es jetzt natürlich wieder mehr. Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord oder auf bei der unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traumabend. Haut rein, Leute. Euer Sandow. Ciao, ciao.